Das ist Skyblock, mit Yannick. Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge, wie Jens schon sagte, Skyblock. Mit Shader. Richtig, wenn es euch aufgefallen ist. Ich habe einen kleinen Shader, es ist ein bisschen hell, aber ich finde ihn ziemlich geil. Sparks Thatcher Pack hat sich nicht verändert und ich suche gerade die Treppe nach oben, Jens. Wir haben doch keine, wir müssen es noch weiterfahren. Naja, also in der letzten Folge ist ja schon ein bisschen länger her, die letzte Folge. Deshalb, ich hoffe, es hat euch nicht gestört. Wir werden jetzt versuchen, in nächster Zeit hier ein bisschen mehr zu produzieren. So, und ich muss noch einigermaßen, oh, ich habe 120 FPS mit Shader, ist das geil. So, also ein bisschen rumbutzen hier. Wochenende, heute ist ja Mittwoch. Ne, heute ist Dienstag. Morgen, wo ich es hochladen, ist Mittwoch. So, wie bauen wir das denn jetzt? Ja, also ich würde sagen, eigentlich hat er auch so eine Etage drauf, die genau gleich aussieht, ist auch irgendwie nicht schön. Ja, würde ich auch sagen, wir könnten das ja so trichterförmig runterbauen oder so, oder so hoch, so trichterförmig. Mach ich auf jeden Fall schon mal Stein weg. Ja, und wir hatten ja eigentlich gesagt, wir wollten so wenig wie möglich kaufen im Shop da, aber man kann Sand leider nicht auf die Art von der Hinsel hier beschaffen. Und deshalb werden wir etwas Sand im Shop kaufen. So, Jens. Oh, oh, die Sonne ist die hell, meine Fresse. Jottes Willen. Oh, 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 oh. Uh. Ich baue hier super Treppen. Ach, oh mein Gott. Lol, was ist das? Oh, oh, die Lavatropfen, die sind ja mal mega Premium. Ich will, möchte mal sehen, wie mit dem Shaders Wasser aussieht. Das ist aber eine ganz schöne OHA. WIGO. Ein Kürbis ist gewachsen, obwohl ich den... OHA. Ist das geil! Ich liebe diesen Shader. Jens, ich habe... Aber ich glaube, mein Shaders sieht auch noch was mehr. Jens, ich habe ein Kürbis. oh mein gott wie behindert der aussieht wenn er abend ist er ist ja bei dir auch so animiert bei dem shader was der hier was soll da so animiert sein der baum ja das wieder bauen dann das hier bei dem aber sieht irgendwie nicht sehr schön aus ich finde den shader ganz schön ich benutze ja mit dem täterpäck eigentlich nicht dafür so vorgesehen ist aber das ist so eine geile atmosphäre hier glaubt ihr nicht jens wie geht noch mal ein pump apple pumpkin pie frag mich nicht ist ja auch wurscht sind die kartoffeln da fertig und natürlich gerade da muss er der kürbis hin und die melone hat sich immer noch nicht dafür aber auch kein die melone das ist so ein larm an es sind andere insel du bist noch hoch war die hoch 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 und die fackeln sind auch so geil so leute nee den test man schließt mit der welche sind die schon an der abpäck spiel vielleicht mal so ein paar tatschex noch mal rumprobieren die mit dem shader noch besser aussehen wenn ich auch mal hier ich hab hier so war mir das fand ich nicht ja ich habe es jetzt so wie so immer noch mal das aber es ist jetzt nur dass dies wollte da tausch mal jetzt kurz rein man sieht so aus finde ich jetzt auch nicht schlecht sieht recht cool aus aber mit dem täterpäck für nichts dann doch noch ein bisschen besser das geht jetzt zählungslager und bühne leiden 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 ja bei dem 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 so was ist los kannst mir sagen wie ich eine neue insel bekommen da geht doch oi 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 jens schloppte sie viele schmuggies haben wir noch ach ach warte mal schmuggies holz jens soll ich nochmal was holz verkaufen damit wir uns nochmal schön schmuggies die sand holen können aha jens ich geh mal zum sporn zum sporn ist das fertig ja das ist fertig diese aussicht das wird das titelbild alles geht doch wieder nicht wenn sie mich verarschen die aussicht ist geil zu den händlern jens ich verkauf mal so ein stack holz für vier smuggies für ein bisschen sand damit für glasscheiben machen können wir nehmen wieder so ist dieser schmuggie also leute nur damit das wisst ich habe er jetzt den pc zwar schon seit weihnachten aber ich habe noch nie wirklich mit shader gespielt deshalb bin ich jetzt auch so überaus erfreut zu tun das weil es ist einfach nur extremst premium so jens wir haben 20 so ich schicken die ist mehr höchst und die 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 um zache iley würde er Flachwitz einfach mal so raushauen ein außerhalb oder ein Römer wird das hier so Sand rufen die Machen so auch da 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 traf so ein bisschen Sand Börnern da hat das ist jetzt die Eilerser Jens ich mach mal die um Treppe so ein bisschen safe ja was er Prozent 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 und die Koppel Farm ist im Weg die Koppel Farm ist im Weg Nein Oh mein Gott das geht ja mal gar nicht pro hyper pro an bord so mehr blöcke kann ich jetzt nicht ab und sonst krachter wasser durch bei dem sehen jetzt die fackeln nicht so gut aus aber ich habe ja noch ein paar andere es war hier sorgt er hat mit der russer russer und weg damit nicht er so zög zög oder sie das schieben so jens ich habe hier mal ein bisschen schöner gemacht sollte man auch nicht runterfallen kann ob ich richtig viel im rauch so zähl Wetter dann mache ich jetzt mal hier ein bisschen die treppe schöner letaucracy die wird zwar euer er so schiebte voll die singstunde hier so eck kreiner jens von spitzhocken er so ist er ganz dann gab es doch eine eigene Stein steuern Das ist eine neue Achtung. Sitzlinge wieder einpflanzen, kommt da weniger raus. Aber zu viele ab, da kommt zu wenig Sitzlinge raus. Oh, Apfel. Janik. Ja. Kürbis. Oh mein Gott, Kürbis. Kürbis. Wird da unten, kann weg. Oh, oh, du. Problem solved. Oh, das ist zu groß. Zweck. Warte, erstmal nicht mal. Okay. So, Junge. Hier ist die Treppe des Todes. Feuers. So, nein, das sieht hässlich aus. Oh, guck mal. Oh, oh. Das funktioniert. Oh. Oh. Oh mein Gott. Wie's Maxi? Alter. Ist der Mond, der ist ja noch geiler. Oh mein Gott. Oh, ich weiß nicht, was ich als Thumbnail nehmen soll. Welches genau hast du jetzt? Hä? Welches genau hast du jetzt? Shader. Hm. Warte, das heißt, Seuss Version 10.1 Ultra. Okay. FPS und Thumbnail ist auch einigermaßen in Ordnung dabei. Das scheint er ja da doch, das ist, ja, den hab ich ja schräg Schaden. Ding, tot. So, habe ich ja zwar nur 60 FPS durchgehend, aber so flüssig. Aber. Ne, ich mach wieder aus. Wer braucht schon hier Dingens? Wer braucht schon V-Sync? Was ist V-BOS? Weiß ich nicht. Ich mach's einfach an. Einfach alles an. Ja, läuft doch. Ist doch voll flüssig, das Bild hier. es ist alles so schön habe ich alles schuldig die schörder du schörder bei mir packte das irgendwie mit so ist das bringt nicht viel wenn sie nicht da und die fp ist immer und schulden ich bin jetzt hier nur am rumprobieren was ist denn da los Herr Christoph Arschkrebs Mann meine güte minecraft das ist ich bin aus Versehen auf mit map gekommen und jetzt spack da drum brennt sich mal auf 100 fps so damit wir mal flüssige draus hauen hier so ist doch schön hier ist so alles schön warum wächst die melone eigentlich nicht ist das irgendwie hier eingestellt weil das ist ja grauenvoll grauenvoll hat mir lönchen ne kürbis hat schon freunde gefunden waren schon zweiter und du bist immer noch hier nix du bringst mir gar nix war eine fehltätigung fehlkauf ja fehlkauf umtauschen jens hast du noch einen kassenbon ne ist mir runtergefallen du nix nutz boah ich hab nen Apfel gegessen voll gesund hier gesundes food in minecraft boah ist das hell meine Fräse das dauert ja drei Tage wir haben ja schon einen kleinen Faden jens wird man sagt wie du bist es ein wenig ist jens wird gitter wird gitter los wird gitter los wird gitter vorsicht also leute ich werde natürlich und ein paar shader mal hinzufügen so das ist jetzt nicht der einzige mal bei mir schossen sich so viel ich hab ja nach der jens ich guck mal auch mal ein paar an die der jens so hat mal so ein bisschen durchschauen durch die gegend da im menü in den weiten enden des nutzer menüs von minecraft so abfültig will ich haben ich glaube mir wird es besonders interessant weil ich gerade die sachen umstellen und das soll erst mal ein wenig misst das fertig jahre hoch 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 sötzling was könnten ich denn jetzt mal jemand so ein schönes standbild jens kommen da unten noch dinge ins wende hin oder bleibt dazu unten stecken was soll wir machen zauber zauber nee ich habe jetzt glas gemacht ich habe 48 glas scheiben das lohnt sich das lohnt sich glaube ich nicht so sehr in sanz für glas zu verschwenden wir können ja ein wir können ja ein wir können ja ein dinge ins ein solches machen hier unten ist alles so hell wenn sich noch ein panoramafenster und da brauche ich dann noch so ein mit der zeit so richtig schön vorgarten gg hast es bald hens oh er hat sich verbaut nein warum seid ihr nicht durchsichtig ich war die ganze zeit schon oh gott da geht das game wieder los jens du weißt ja holz das ist ja so eine feine angelegenheit ich nehme mal ein bisschen und baut unten mal so einen kleinen so ein kleines gerdchen aus eichenholz boden aber ja warte Romanian kam einfach zu ich mache aus chippen kann ich zum Arm des Totten Karl des Pap st trinkt die 21 Mon Prozent die M Australia so ich habe mir gedacht da er lange nichts mehr kam ich die Folge ein bisschen länger nicht mehr als das mal nein warum nicht schlechte Idee ich sollte so lange bis sich umgestellt hat aber auch mehr Folgeausnahmere wird erst mal bis es fertig ist okay da er mitbekommen hat Jens und ich in einem heißen Gefecht die Diskussion verdieft ja jetzt hat sich aufgehangen ist die Folge normal lang und habt ihr gesehen wie gleich das gesetzt oh das hat was beigesetzt ja ist die Folge auch schon vorbei ich hoffe es hat euch gefallen der Shader gefällt euch und wenn ich jetzt auch noch die nächste Folge weiterspielen und meine Fresse und wir sehen uns im nächsten Wettbewerb tschüss 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 tschüss